So, wir sind bei der Ausratung. Miles hat gezogen 1, 2, 3 Reverse, 1, 2 Rare, eine Holo, ein Relaxo und eine Vista. Bei mir gab es 1, 2 Reverse, 2 Reverse? Ne, war noch 3, oder? 3 Rare. Ach stimmt, ja, genau, genau. Die Holo, eine Trainer Gallery und Radiant Steelix. Wir haben gerade schon mal geschnackt und haben gesagt, dass der Punkt an mich geht. Es steht jetzt 1 zu 1, das heißt, ich fange morgen an und fordere Nils heraus. Bis zum bitteren Ende. Macht's schön gut, bis morgen. Ich hänge noch was dran, ich habe mit Nils nochmal überlegt und das Radiant Steelix ist nicht so viel wert wie das Aerodactyl Vista. 2 zu 0 für Nils. Der fängt morgen wieder an.